Und damit herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal und zu einem weiteren kleinen FNAF-Fan-Game. Heute spielen wir zusammen die Demo von Why FNAF Sucks 2 The Shadow Realm. Ich habe ja den ersten Part schon gespielt von Why FNAF Sucks. War schon ziemlich crazy. Ich habe es geliebt, obwohl es so Sackischwer war. Und jetzt genug geredet. New Game. I will find you. Er wird uns finden. Gut. Also ich befand die Spielewebel damals. Sehr cool. Die Spielewebel. Die Spielewebel. Die Spielewebel. Die Spielewebel. Die Spielewebel. Aber nur die Spielewebel. Der hat auch das Problem. Die Spielewebel. Er hat ihn auch an die Stimmenwebel. Der hat ihn in den Spielwebel. Ich hoffe, dass du neugierig bist. Der ist nacht. Was ist hier? Wie ist es? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh Cool Wo ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott Oh Gott Gut Er kommt, oder? Oh, ich will Sprite trinken Ich kann nicht so viel Sprite trinken Oh, aber Sprite Sprites kommt keiner Noch ist niemand unterwegs zu uns Hoffe ich doch Oh, ich will Sprite trinken Oh, ich will Sprite trinken Sprite Sprite Immer trinken immer trinken Könnte von mir sein Er spielt Wundern Das ist cool Mir ist keiner da Wundern Wundern Wann ist es bereit? Ich mag es. Wo seid ihr, Freunde? Oh, ich war saufen hier, Mann. Gehen wir trinken, trinken, trinken. Wie ist es? Wann ist es bereit? Wie soll ich? Mal Licht anmachen. Licht funktioniert auf jeden Fall in der Demo. What a Sprite. What a Sprite. Er hier, er kommt links. Er wird kommen. Ja. Das ist ja mein spezieller Freund. Oh, aber Sprite. Meine speziellen Freunde. Was auch noch hier? Wir haben 3 Uhr. Noch kommt er nicht. Noch steht er im Gang. Nein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es klein? Hallo? Wo ist jetzt schon mal dahin? Der macht komische Figuren. Oh, das ist bald. Was? Immer noch 3 Uhr? Ist das nach 3 Uhr? Boah, der hat noch einen Brand hier, ich sag's euch. Oh, das ist bald. Cool. Cool. Boah, der Sprite. Nicht gesehen, den Sack, den Sack. Aber da war er. Juhu. Ist ja alles gut, Leute. Aber find ich cool. Wie gesagt, nicht in der Demo noch. Du darfst mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, dass euch so gefällt. Der erste Eindruck von dem Game. Also mir macht Spaß. Da hab ich ja voll zu Böcke drauf, Leute, ne? Wir haben 5 Uhr. Meine Fresse ist halt davor. Da steht Night One und 5 o'clock. Jojo. Alles wird gut. Boah, das ist bereit. Mal sich dran machen. Vorsichtshalber. Ich bleibe jetzt mal hier. Warmer Sprite. Warmer Sprite. Mal schauen. Oh, blauslicht. War das immer blauslicht. So hellblaus. Ich bin noch gar nicht aufgefallen. Nice. Warmer Sprite. 6 a.m. Keep up the good work. Thank you. Hallo? 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 Geht's von der Line weiter? Click here to enter. Ist das gut? Demo over. Now you can continue with your... Sad lives. Waiting for forget. For Project PTO. To be finished. This game will be finished first. Hope you enjoy. Ja, ich bin immer ganz kurz vor knapp. Hat er mich noch erwischt. Das dumme Lula. Oh. What? Wieso? Wieso bist du jetzt weg? Exit. Die böse Welt. Wollte ich doch gar nicht. Was ist denn? Headphones 3. Come on. 3. You. Wenn ich jetzt auf continue... Ah ja. Also ich muss erst... Das erste Spiel noch durchspielen so richtig. Auf jeden Fall schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Das war Wife Nuff Sucks 2. The Shadow Realm. Die Demo. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und... Ich wollte ja immer dieses Wife Nuff Sucks durchspielen. Aber... Es war schon... Fast 6 Uhr. Und er hat mich dann immer... Total... Nein. Es war aber so crazy. Aber ich hab's geliebt. Ich bin mal gespannt. Wie lang es dauert. Bis hier die Full Version rauskommt. Die ich auf jeden Fall spielen werde. Ich wollte nur noch so sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Roosting Kanal. Über ein Like freut sich daraus immer. Hilft mir. Mich aufzubauen. Weiter am Ball zu bleiben. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen. Genießt das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Heute ist Sonntag. Euch einen schönen Sonntag. Obwohl ich nicht weiß, wann das Video rauskommt. Vielleicht Montag. Kann sein, dass ich es Montag rausbringen. Ansonsten... Kein nur noch zu sagen. Tschö mit Dö. Und Fingerlinger Rots. Euer Rostinger Rettner. Danke. Goodbye. Have fun. Danke. You are the greatest. Goodbye. Goodnight. Bye. Bye.